Wir sind ein Familienunternehmen fünfter Generation und produzieren Textilfärbemaschinen und dürfen diese in die ganze Welt liefern. Wir haben in Mexiko einen sehr traditionsreichen textilen Markt, eine Textilindustrie, die ein bedeutender wirtschaftlicher Industriezweig ist. Zum einen wird dort für den lokalen Absatzmarkt produziert und zum anderen aber vor allem auch für den Export insbesondere in die USA und nach Kanada. Ja wir durften im Winter, im Weihnachten 2022 ein Projektgeschäft realisieren und haben mit dem Kunden einen Lieferantenkredit vereinbart. Wir haben dann über Weihnachten bei Euler Hermes den Antrag gestellt für die Deckung des Lieferantenkredites und da kam dann schon am 16.01. die Bewilligung des Click-and-Cover-Programms, des digitalen Produkts für KMUs und dann konnten wir direkt Mitte Januar mit der Produktion der Anlagen beginnen. Es handelt sich um ein klassisches Ersatzgeschäft, wo wir ältere Maschinen durch neuere, ressourcenschonendere Maschinen ersetzt haben. Wenn wir Lieferantenkredite vereinbaren mit Kunden, dann wollen wir natürlich nachts gut schlafen können und durch die Deckung können wir unser Ausfallrisiko auf fünf Prozent minimieren. Die Exportkreditgarantien sind natürlich ein Instrument der Verkaufsförderung. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als KMULA keine Bank sind und begrenzte Mittel zur Verfügung haben. Also wenn wir Lieferantenkredite gewähren, von dem Hintergrund sind wir ganz dankbar, dass der Bund und Euler Hermes jetzt ein neues Produkt eingeführt haben, die Vorfettierungsgarantie. So wird es in Zukunft leichter, Forderungen an Banken zu verkaufen und sich so zu refinanzieren. Ja, für mich als Maschinenbauer ist es natürlich erstmal wichtig, dass überhaupt technisch und preislich ein Geschäft geschlossen wird und dann darf es meiner Meinung nach nicht an der Finanzierung scheitern. Deswegen mein konkreter Tipp, wenden Sie sich an Ihren Experten bei Euler Hermes und lassen sich beraten, denn das ist deren täglich Brot. Der Auftrag ist für das Instrument die deutsche Exportförderung und da stehen wir KMULA im Fokus und werden unterstützt. Also, zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020